Ich habe heute die erste Veranstaltung in dieser Halle frei mit dem Publikum. Da freut Sie sich damit. Vieles ist wichtig, ganz wichtig ist es mir, die alten Herren zu begrüßen. Am alten Herrtisch sitzt den Vertreter begrüße ich voran. Heli Rahnhaupt, Herrenmitglied des Ankommunenländers. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht vergessen den Verstorbenen, den Gründer des Vereins, Bata Cornelius Sagmeister. Er hätte es eine wahre Freude, noch bei uns sein zu können. Meine liebe Freunde, die Staatsmeisterschaften der Frauen hatten schon eine fast 30-jährige Tradition. Sie tun es den Männern gleich, starke Frauen braucht das Land. Wir haben als Bestarterkläder schon am Pass der Männerkreis. Wir hatten schon gleich viele Starterinnen als Männerbestarter der Staatsmeisterschaften. Eine tolle Entwicklung. Ich wünsche Ihnen dann einen wunderschönen Wettkampf, allen Wettkämpferinnen viel Erfolg. Aber auch, dass Sie sich nicht verletzen, dass sich hier keiner ansteht, obwohl die Fallzahlen ja sinken. Aber trotzdem bleiben wir vorsichtig. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Kraftfreiheit und somit gebe ich an die Hand und Freie Peter Sprecher zum Gästen der Zubehörer. Wunderschönen guten Tag. Alles Gute. Wunderschönen guten Tag. 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 What are we? Wunderschönen guten Tag. Kurz ab, wir sind die Hand, wir sind die Hand, wir sind die Hand, wir sind die Hand. Und von daher sind die Vergangenheit bereit für den dritten und letzten Versuch von der Karriera in Rath. Und 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 von der Karriera in Rath. Der Versuch ist leider nicht gelungen. Bitte, Achtung, jetzt kommen wir am Aufhängen. Zweitversuch von Arache. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache, SZ und Arache. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache. Der Versuch ist leider nicht gelungen. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von SZ und Arache. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache. Achtung, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache. Bisschen, 40 Kilogramm liegen bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache. Bisschen, 80 Kilogramm sind bereit, zu dem zweiten Versuch von Arache, SZ und Arache. für den Erstversuch von Anja Kleidl. Anja Kleidl ist ja ein Zerrusskreis, kommt vom SCH. Sie beginnt den Erstversuch auf 49 kg. Anja Kleidl ist ja ein Zerrusskreis. Anja Kleidl ist ja ein Zerrusskreis. Anja Kleidl ist ja ein Zerrusskreis. Das ist doch ein Zerrusskreis. Das ist doch ein Zerrusskreis. Ja. So, bitte 50 kg erhaltend für den Erstversuch von St. Peter. Das ist ein wenig steifisch und wir wollen die Zettel haben. Unser Prima von der Union Longcore auf 50 kg mit ihrem ersten Versuch. Okay. Okay. No, was war. Zweitversuch von Sandra Veronik Zweitversuch von Sandra Veronik und KSK Bonn mit ihrem zweiten Versuch 51 Km Zweitversuch von Sandra Veronik Zweitversuch von Sandra Veronik Zweitversuch von Sandra Veronik Wir bleiben für den Wegversuch von Sandra Veronik Wir werden ihnen halt zwei Minuten Zeit Okay. Come on. Okay. 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 Der Versuch war Dünke. In den 52. der Garnate Antio. In den zweiten Versuch von Agnach Teitel. Von Christi Hannah. Eine kurze Information an die Athletinnen und die Betreuer. Züchstung reisen und stoßen findet eine Pause von 10 Minuten statt. Einige Teitel vom ersten Abend mit ihrem zweiten Versuch auf 52 Kilogramm. Der Versuch ist leider nicht gelungen. 52 Kilogramm bleiben und ist im zweiten Versuch verursacht im Jahr Garnate. Und die sind wirklich gelungen. A und das ist richtig. Aber bitte. Vielen Dank. 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 So, bitte 60 kg Alligato für die erste Versuch von Sophia Stig. Vielen Dank. 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 Ich bin noch nicht ganz top, aber ich glaube, wir tun jetzt noch eine neue Vorbeinung. Ja, für die Urkunden tut es einfach mal nicht. Ja, aber für die Urkunden tut es nicht. Das hat sich auch nicht zu machen. Wir sind in der Verkundung. Ich bin 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 jetzt mal auf die Reise für den Verkundung. Wir haben hier online einen Termin. Wir werden in der Verkundung mit der Verkundung haben. Wir haben eine Verkundung nach dem Verkundung. Die Verkundung ist aus der Verkundung. Wir fahren auf die Verkundung. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist die nächste Gruppe. Vielen Dank. 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 We got to meet you. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Und bitte die erste Person für die Kamerate, bitte 57, vielen Dank, Gerndl. 47 Kilogramm sind aufgelegt, den Zweifelsübergang engagieren, bitte in seiner zweiten Runde. Es wird gesteigert, 57 Kilogramm an der Handruf für den Drehversuch von Johanna Grumbauer, ATS-V-Ranzhofen. Wir haben ja auch ein Rettungversuch von 57 Kilogramm, 57 Kilogramm. Heute! 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 B****! 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 Zitler war die Handlung für den Zeitversuch von Anna Schee. Anna Krebs mit ihrem Zweitversuch auf 59 Kilogramm. Sie haben eine die Handlung für die Handlung vor. Sie haben eine die Handlung für die Handlung. Sie haben einen Sieg mit dem Handlung. Sie haben einen Sieg mit dem Handlung. Sie haben einen Sieg mit dem Handlung. Ich bin ein sehr guter Person. Wir lieben der Handlung mit der 60 Kilogramm 70 Kilogramm werden aufgelegt für den Erzversuch von Anja Deino. Anja Deino feiert den Erzversuch von 60 Kilogramm. Anja Deino feiert den Erzversuch von Anja Deino. Anja Deino feiert den Erzversuch von Anja Deino. Anja Deino feiert den Erzversuch von 61 Kilogramm. Anja Deino feiert den Erzversuch von 61 Kilogramm. Anja Deino feiert den Erzversuch von Anja Deino. Anja Deino feiert den Erzversuch von Anja Deino. Anja Deino feiert den Erzversuch von 61 Kilogramm. Anja Deino feiert den Erzversuch von Anja Deino. Vielen Dank. Hier sehen Sie die Begabtele 2 Versuche und sind aber johin. Vielen Dank. Hier sehen Sie die Begabtele 2 Versuche. 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 Die 18-jährige Nahrungsathlete vom SC Harland hat lediglich ein Körpergewicht von 47,2 Kilogramm. Sie versucht jetzt die 65 Kilogramm Stoßen im dritten Versuch zu bewältigen. Die 18-jährige Nahrungsathlete vom Stoßen im dritten Versuch. Die 18-jährige Nahrungsathlete vom Stoßen im dritten Versuch. Die 18-jährige Nahrungsathlete vom Stoßen im dritten Versuch ist leider nicht gelungen. Der Knochen Stoi. Es werden 68 Kilogramm belätigt. Erste Saison von Sophia Stic O придумet Berlin. Christian! Das war so, dass wir sie passen. Sofía hat es steigert, somit bleiben die 68 Kilogramm für den zweiten Versuch von San Adriani, KSK Brunnen-BDF. Spannung, Mitarbeitung. Der Herr Schubach-Künti, 68 Kilogramm für den zweiten Versuch von Petra Schmutzern-Union-Lochen. Bitte 69 Kilogramm an die Antwort, das wurde gesteigert, 69 Kilogramm für den zweiten Versuch von Petra Schmutzern-Union-Lochen. 69 Kilogramm für den zweiten Versuch von Petra Schmutzern-Union-Lochen. 70 Kilogramm für den zweiten Versuch von Petra Schmutzern-Union-Lochen. Heute bin ich in der Versuchung von der Frau Pinsa, 69 Kilogramm bleiben und da haben wir für den Trinkversuchung von Sandra P. Ronny. Wir dürfen recht herzlich begrüßen den Bürgermeister von der Bankgemeinde Ötla und Franz Zag und seinen Vize-Bürgermeister Klaus Plin. Und natürlich ist eine interessante Gemeindevorgung von der Ecken am Eingangssitz noch gemeint, Herr Sierrola Herrein. So, es wurde gesteigert mit dem 70 Kilogramm Diakto, 70 Kilogramm in die Aufregung, ich stehe gerade in den Platzen da hin, 70. So, jetzt gab es so gerade ein in der Halle, 70 Kilogramm sind aufgedeckt, den ersten Versuch von Sophia Krieg ohne Ötla. Vielen Dank. 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 Jan Sack. Jan Sack. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jan Sack. 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 ist 55 Kilogramm. Im Reißen belegte den sechsten Platz mit der Leistung von 35 Kilogramm Helene Wahlecker, Union Lotter. Fünfte ist 55 Kilogramm von Johanna Bruchbauer von Ranshofen. Ebenfalls mit 45 Kilogramm vierter Platz für Anna Schett, SZ Kroflasche. Im dritten Platz, die Bronze-Medaille, geht an Sanna Beonich vom KSK Brun mit 41 Kilogramm. Die Silber-Medaille geht an Peter Schmonzer mit 55 Kilogramm. Die Silber-Medaille geht an Peter Schmonzer mit 55 Kilogramm. Und Österreichische Meisterin mit 63 Kilogramm Meißen wurde Sophia Kieck, Union Lotter. Die Silber-Medaille geht an Sanna Beonich vom KSK Brun mit 45 Kilogramm. Die Silber-Medaille geht an Sanna Beonich vom KSK Brunich vom KSK Brunich vom KSK Brunich vom KSK Brunich von Nöte Z criança, Union wit. Die Silber-Medaille geht an Sanna Beonich vom KSK Brunich vom KarlsK Brunich auf 78 Kilogramm. Peter Schmuzer von Rommelhochen erkämpfte den zweiten Platz mit 72 Kilogramm. Und österreichische Meisterin Stoßen, Regulierung-Lokalmannatorin Sophia Kieders-Dömer. Danke sehr, kommen wir nun zu den Staatsreise-Liebungen im Zweikampfgewichtsklasse des 55 Kilogramm. Sechste Platz gibt dann Helene Waderegger-Union Lopfer mit 80 Kilogramm. Fünfte Platz Johanna Buchbauer von Ernsthofen mit 100 Kilogramm Zeitraum. Vierter Platz geht an Anerke von Gontragl mit 104 Kilogramm. Der dritte Platz geht an Sander Beronig von Bergkabon mit 190 Kilogramm Zeitraumfleisch. Die Silbermedaille geht an Peter Schmuzer, Onion Locher, 127 Kilogramm Zeitraum. Und österreichische Staatsreise-Liebungen im Zweikampfgewichtsklasse des 55 Kilogramm steht Sophia Onion Oeplan. Dieser vergoldete Ehenspreis, gestiftet von Herrn Bürgermeister Franz Sack. Bitteschön, danke. Danke schön, herzliche Gratulation. Wir kommen nun zu den Nachwuchsmärtungen. In der Jugendwertung U15-Dienstklasse bis 55 Kilogramm wurde österreichische Meisterin Helene Waderegger mit einer Zweikampfleistung von 18 Kilogramm. Danke schön. U17. österreichische Meisterin Helene Waderegger mit einer Zweikampfleistung von 137 Kilogramm. Und Junior U20, Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm, Anja Steidl von Haaren mit einer Leistung von 112 Kilogramm. Anja Steidl, also unsere jüngeren Starterinnen bekommen noch eine Armbandtour dazu. Die stand aus 2001, wo in Österreich die U16-Europameisterschaft stattgefunden hat. Vielleicht ist das ein Ansporn und die Zeit um die Uhr liegt dann richtig für den nächsten Einsatz bei U20-Europameisterschaften. Alles Liebe, alles Gute, Anja. Und noch etwas. Sie hat vor einiger Zeit das Kaderlimit für den A-Kader in der U20-Klasse geschafft. Und dafür die Kaderausstattung, die große Tasche, die ich ein bisschen groß geraten habe. Aber da passt alles hinein. Dazu brauchst du mir, zu einer Europameisterschaft zu reisen, eine komplette Ausstattung und Geld an. Alles Liebe, alles Gute, lieber Anja. Herzlichen Dank. Wir gratulieren natürlich allen Stadterinnen und seinen tollen Leistungen. Und die Athletinnen der ersten Runde verabschieden sich vom Kampflicht und vom Publikum in einen einfachen Kampff. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Beziehungsbeziehung. Ziegerinnen, noch einmal sehr hoch auf die Bühnenhütte. Sovier schliegt und Anja Schneider. Anja Schneider und Sovier schliegt noch einmal sehr hoch auf die Bühnenhütte. Ohne Gepäck. Kommt raus, Sie sind doch da. Wenn Sie da SA gab. Nein, ja, mal Age. ной im Absatz. Ein Jamesazzala. Stecker. Mit Union Ribergplants. Für hier ein Rahm das Deutschland ist. Alles Prüme, alles Gute! Ein Gruppekrupp. Deines war ich. Ein Gruppermeldung. Nein, die sind schon noch da. Die sind da schlafen. Die sind da schlafen, die sind in der Reise. Aber das kommt nicht nach oben. Ach, sorry, din kommt mal wieder ab. Nein, ich schau, ich bin wirklich. Ja, ich schau. Ja, ich bin wirklich das. Hahaha. Ich schau, ich schau. Du hast, ich schau, ich schau. Vielen Dank. 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 ... 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 Rekord und ich wünsche Ihnen auch für die nächsten Schleitergruppen, für das Stoß-Series, für den zweiten Teil, doch einen spannenden schönen Weltgang, oder auch für die restlichen Gruppen bis am Abend, bis er noch so viel Schleiter statt sein wird. Behalten Sie Platz, bleiben Sie hier. Ich freue mich, dass Sie in die ÖH gekommen sind, in diese wunderschöne Halle und danke auch mit Ihnen zusammen, den Acker-Hunder-Löfer, ich danke auch dem Sportpart des österreichischen Gerichtheber-Normandes-Christian-Kathrein, der hat heute schon seit der Früh am Programm, dass Sie hier die Ergebnisse immer aktuell an der Birkbank sehen. Wunderschönen, guten Morgen noch, alles, alles Gute, gerade Freude! Wunderschönen, guten Morgen! Wunderschönen, guten Morgen! Wunderschönen, guten Morgen! Ciao! Wunderschönen, guten Morgen! Wunderschönen, guten Morgen! Uh! Vielen Dank. 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 Das ist das Kumpel, 74 Kilogramm, für die Ausfässerung von Maria Krepper. Das ist das Kumpel, 74 Kilogramm, das ist das Kumpel, 75 Kilogramm, das ist das Kumpel, 75 Kilogramm, das ist das Kumpel, 75 Kilogramm, das ist das Kumpel, 78 Kilogramm, in dem der schwebt und 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 16 Kilogramm sind bereit, für den Versuch vergleicht der Kranjus-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 17 Kilogramm sind bereit, für den Versuch von Kranjus-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer. 18 Kilogramm sind bereit, für den Versuch von Kranjus-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer. 18 Kilogramm sind bereit, für den Versuch von Kranjus-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahr Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt wird Jetzt noch einmal die Steiger, die sie angekündigt haben. 1 zu 9, Sie sind immer in Ruhe. 8 zu 9, Sie sind immer in Ruhe. Feier! 1! 3! 8! 10, 8! 1! 8! 2! 2! 3... 2! 4! 3! 5! Vielen Dank. 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 ... 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 .... ... ... ... ... ... mit der Aufmerksamkeit zur Siegerung. Wir kommen nun zur Siegerung der Sitzelmeisterkarten 2021. Die Gewichtsklasse misst 59 Kilogramm. Siegerung werden durchführen der Präsidentische sein. Ich bin hierherverbands Gerhard Bär. Und die Gemeindekasse der Landgewände Planung Landwehr ein. In Reißen beträgt er den Sintenplatz mit 37 Kilogramm und Anna-Maria Vogenberger von Union Locher. Sechste Platz geht an Hannah Karls mit 38 Kilogramm Union Öpland. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 48 Kilogramm. Vierter Platz geht an Natascha Bayer mit 48 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 48 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 52 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 48 Kilogramm. Und österreichische Meisterin mit 47 Kilogramm. Neu österreichische Rekord für Berlin-Ed Verle. Danke schön, wir kommen nun zum Stoßen. Im Stoßen belegte den siebenten Platz Anna-Maria Vogenberger von Union Locher mit 45 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 48 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 57 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Natascha Bayer mit 48 Kilogramm. Das ist hier auf Strompeß. Nach Mähesfahrt ist Vorgangshofen mit 67 Kilogramm. Und mit Stoßen haben die ersten beiden die Plätze getauscht. Der zweite Platz geht an Bernadette Werle mit 90 Kilogramm. Und die erste Meisterin Stoßen war die Christiane Stolker an der Unionshochung mit 91 Kilogramm. So, dankeschön die Damen. Kommen wir jetzt zur Zweikampfwerbung und den Platzweistertiteln. Der siebte Platz geht wieder an Anna-Maria Vogendärger mit einer Zweikampfleistung von 82 Kilogramm. Sechste Rolle Hanna Karls mit einer Leistung von 86 Kilogramm. Der fünfte Platz geht an Anna-Maria mit 150 Kilogramm. Vierte Ure Claudia Kepa mit 115 Kilogramm. Die Bronzemedaille Winterplatz per Nike Grando mit 118 Kilogramm. Und ganz spannend an der Kraft von diesem Titel. Vizestatsmeisterin, zweiter Platz geht an Christiane Völker mit 161 Kilogramm. Vizestatsmeisterin, die Athletin von Hercules Leopold, mit neuem österreichischen Zweikampfrekord von 167 Kilogramm. Bernadette Merle. Liebe Sportkolleginnen, dieser verwaltete Ehrenpreis, ein Metallguss, aus schwarzen Socken, gestiftet und gemeindekassiert, Frohland, Leerwein, bitteschön. So, danke schön, die Damen. Es gibt auch noch eine Nachwunschwertung. Und zwei Fotodermin haben wir noch. Für die Erste. Nur für die Erste. Die Wertung U15 Zweikampf, österreichische Meisterkraft. Zweiter Platz geht an Anna-Maria Vogtenberger an eine Leistung von 22 Kilogramm. Und österreichische Meisterkraft U15 bis 59 Kilogramm, Hanna Karls-Ungern-Öbla mit 36 Kilogramm. Hochschule an Anna-Maria Vogtenberger an massage hoch. So, die Fuerzen, die wir jetzt. Ichflowisch. Abwechsläge. Abwechsläge oder steuern. Abwechsläge. 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 So, die Damen, ich glaube, ich bin jetzt ruhig und höre, ich werde die Nachgang machen. Hinten habe ich aufstehen, bitte. Die Abgeordneten der zweiten Gruppe erfahrt, die sind vom Kanzgericht und vom Publikum wieder ein Einfragen. Klaft? Klaft! Danke sehr. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Vielen Dank. 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 Bye. ... 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 Die Läder von Dier, 2.08, 58 Kilometer. Los jetzt los, los jetzt! Danke, Herr Junge. Gewicht der Hand nach 52 Kilogramm. Und den zweiten Besuch von Gerda-Legina. Und den zweiten Besuch von Gerda. Die Gerda-Legina hat gesteigert. Somit wird das Gewicht der Hand nach 60 Kilogramm erhöhen für den ersten Versuch von Zedaya Gapasso Rossi. 60 Kilogramm für den ersten Versuch von Zedaya Gapasso Rossi. Aus Füßendorf. Das wird gesteigert. 70 Kilo bleiben. Aber für Reckenwald Lola aus Füßendorf. 20 Kilogramm für den ersten Versuch von Zedaya Gapasso Rossi. Mittal und Klasse. Streck dich. Komm, komm, komm. Ja, super. 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 Super, gut. Es bleiben 60 Kilogramm für den zweiten Versuch von Britta Füße von Kreis Mauer. Und der Führer für den zweiten Versuch, 70 Kilogramm. Und der Führer für den zweiten Versuch, 70 Kilogramm. Und der Führer für den zweiten Versuch. 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 Das Seil ist blöd und nett noch. Das kennen wir gar nicht. Richter Fühne. 2. Versuch 60 Kilogramm. 2. Versuch 60 Kilogramm. Spot!" Nirgendwoсть. ван- 112. US Vielen Dank. 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 Halt, halt, halt! Halt, halt, halt! Up! Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! Bitte! Soll sie die Baulach sein? Halt, hieß sie, Quark. Höchstehandel von 9.000 kg für den 2. Verschulden von Sikowski-Baulach. Die Klasse war 69, wiedergang 2 der Versuch. Die Klasse wird gesteigert. Gleich 30, wiedergang 2 der Versuch. Was ist das? Hintern unten lassen! Streck dich! Komm, komm, komm! Der Suche ist leider nicht genommen. Das sind auch nur über 70 Kilogramm für den dritten und letzten Versuch von Koba und Kalina. Kalina Steiger. Zumindest brauchen wir 70 Kilogramm für den ersten Versuch von Raiden Lena. Zumindest brauchen wir 70 Kilogramm für den ersten Versuch von Raiden Lena. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Weiterzug! Komm! Komm! Der Versuch ist leider nicht genommen. Es sind leider 70 Kilogramm für den zweiten Versuch von Amersdorf, Raiden Lena. Amersdorf, Verena, zweiter Versuch, 17 Kilogramm. Komm! 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 70 Kilogramm. 50 Kilogramm für den zweiten Versuch von Zygorsi Bala. So wird dieses Reiträger mit 70 Kilogramm gelesen. 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 Vielen Dank. 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 Der Start. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind wieder am Abend für die erste Person von Campa Reina. Das ist ein Fütti. Das ist ein Fütti. Sie sind wieder am Abend für die erste Person von Celaya Piavasco Rossi. Der Start der vierten Gruppe beginnt um 17.30 Uhr. Sie sind wieder am Abend für die erste Person von Celaya Piavasco. Das ist ein Fütti. Achtung, sieben, sieben, ein. Für den ersten Person von Britta Fürde. Für den KSV Ruck. Das ist ein Fütti. Und das ist ein Fütti. Auf den Kopf! Das ist dein Appetit. 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 Da hast du das alles! Und ein Torus. Komm. Konzentriere dich und schiebe dir Arme wiss! Ja, okay. Was hier? Mal verworfen! Das ist nur für mich. Wir schauen uns auf ein und darfst sie wieder an. Ein und darfst sie wieder an, ich werde erst in der Suche von Amasdor für die Lina. Ein und darfst sie wieder an, ich werde erst in der Suche von Amasdor. Ein und darfst sie wieder an, ich werde erst in der Suche von Amasdor für den ersten Versuch von rechten Ball Fiona. Amasdor für den ersten Versuch von 82 Kilogramm. Hintergrund lassen, holt sie. Komm, komm, raus. Nur gerade mit Vorstein. Komm zum Ball. Das ist die Sündung. Das ist die Sündung. Das ist die Sündung. Das ist die Sündung. Das war möglich. Das gleiche 2.80. Den zweiten Versuch von Leide Lorena. Hoch, Lorena. Hoch, Lorena! Hoch, Lorena. 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 Die zweite Versuche von Amersdorfer Gini. Hoch, Lorena. Hoch, Lorena. Nach was darf versteigern. Somit bleiben die 2.80. für den dritten Versuch von Celaya Larasso Rossio. Der Versuch ist leider nicht gelungen. Gewicht beantworten auf 380 Kilogramm für den ersten Versuch von Gratis Anna. Erste Versuch. Der Versuch ist leider nicht gelungen. 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 Geräusche sind leider nicht gelungen. Er ist direkt beurechtet. von Artes Anhand. Artes Anhand. Wir steigern. Somit 83 kg. Steigern auch wieder. 84 kg für den Britta. Britta, letzter Versuch. Auf geht's, Britta! Rasta! Rasta! Applaus 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 Eine später große Seine. Der Wienland läuft 85 Kilogramm erhöht. Der Wienland läuft 85 Kilogramm für den ersten Versuch von Sikomski-Bahler-Würstel. Sikomski-Schäger. Der Wienland läuft 85 Kilogramm auf die Hand. Für den ersten Versuch von Nova Carolina. Sikomski-Schäger. 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 17,80 Kilogramm an der Hand für den ersten Versuch von Amersdorfer Medina. Sikomski-Schäger. 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 Spanen! Jawohl! Jawohl! Das ist ein guter Ziel. Vielen Dank für den zweiten Versuch von Rechtenwald in Ola. Rechtenwald steigert. So gut ist die nächste Linz. Anna mit ihrem zweiten Versuch. 86 Kilogramm. Barthes Anna mit ihrem zweiten Versuch. 86 Kilogramm. Nichts! Getschmeich. Die Gatschen auf. Getschmeich. Sch impatzen. Schreie! Schreie! Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Vamos. Vielen Dank. Ja. 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 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak. Alina Nowak, zweiter Versuch, Alina Nowak, 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak. Alina Nowak, zweiter Versuch, Alina Nowak, 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak. Alina Nowak, zweiter Versuch, Alina Nowak, 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak. Alina Nowak, 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak, 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak. Alina Nowak, 90 Kilogramm für den zweiten Versuch von Alina Nowak. Alina Nowak. Alina Nowak, zweiter Versuch, Alina Nowak. Alina Nowak, zweiter Versuch von Alina Nowak. Steck dich! Komm, 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 komm! Auf mich, auf mich! Das ist ein Wichtgeräusch. Das ist ein Wichtgeräusch. Für den dritten und letzten Versuch von Sikorski-Bauer. Steigern! Damit brauchen wir Kajana Röntzin. Für den dritten Versuch von Karina Hanna. Geht nur weg hin, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Spannung! Komm, komm, komm! 2.9 Liter lang für den 3. Versuch von Tichowski-Baulahm. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! 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 Wo kommen Sie jetzt? Aaaah. Ruhig, ruhig! Lasst Sie zu abs oyen! Wir haben einen Überschuss… Ruhig! Und einen Schubschöselen! Das war dann nicht! Das war dannade… Das war die dritte Gruppe, eine schwierige Gruppe, eine schwierige Gruppe bauter Technik, sonst war es super, wir hoffen, dass die vierte Gruppe besser wird. Start der vierten Gruppe, Kategorie ist 71 Kilogramm um 16.30 Uhr. Das war die dritte Gruppe, Kategorie ist 70 Kilogramm um 16.30 Uhr. Das war die dritte Gruppe, Kategorie ist 70 Kilogramm um 16.30 Uhr. Das war die dritte Gruppe, Kategorie ist 80 Kilometer. Vielen Dank. 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 Bye. 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 für 30 Minuten vor Tachinalea. Vielen Dank. 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 , 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 ,, ,, ,, , , , ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,,, ,,,,, 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 ,, , ,, , , ,, ,, ,, ,,,,, ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ...... ...... Vielen Dank. 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 ... 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 Eben, Sophie, loswerden. Loswerden! 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 So geht's! Loswerden! 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 Super hoch geht's! Ja, kürzlich der 2 Versuch von Victor. Und 6 um 6 mit an die Handball. Für den 3 Versuch von Victor. Und wieder 3 Minuten. Mit der Riemen. Mit der Riemen. 68, wie wir mal. Ihr seid nicht, ich bin. Du bist quasi schon mit der Handball. Aber das ist ja auch nicht. 68 und ich bin der Vorbeigungsweiter für den 2 Versuch von Sophie Victor. Das riecht man so, bitte. Die Vorbeigungsweiterin wird Karl Branding im Rahmen des 72. Sie sehen, der 2. Platz ist vorrausgesetzt bei den 5 oder 5,8 Meter. Das ist die 46,7 Meter. Sie sehen. Sie sehen, der 1-2-6-0-6-0-2. Geben, Sophie. Weiter zuhören. Böger hoch! Hey Jakob! War das lieber? Ja! Na ja, das war das immer. Ja ich möchte, das wollte alle noch. Ich möchte, das war der 1-2-1-2-2-1-0-2. Herr Bruggerin, Herr Steinerin, Gala Frane. Ich darf Ihnen zu Ihnen sagen, auch die Verwälterin, die größere Verwälterin, die wir in der Bundesrepublik vereinen, natürlich schon als Assistenz-Trainerin der Bundes-Trainerin, die Gemeinschaft der EU-Mästerschaft gewesen wurde, gebaut hat. Und Sie posten unter Instagram. Gala Frane, der erste Versuch, 72 Kilogramm. Spanisch von Boden. Ich bin fertig. Ja, komm, Leute. Auf, auf, auf. Und nächstes Handelgericht wäre für Franek 73, glaube ich, aber nicht. Ich kann Victoria vorbereiten für 75. Der Trainer Christian Katrin hat schon gesteigert und ich sehe noch nichts. Aber jetzt, 75 Kilogramm für Gala Frane, für Victoria Hahn und 76 Kilogramm für Rane. Also, 75 Kilogramm für Gala Frane und ich rufe mir auf unsere Bundes-Trainerin, Victoria Hahn. 25 Kilogramm für Gala Frane. 25 Kilogramm für Gala Frane, für Chicago, und hier ist die Einfläche. Das ist nur ein, wie gesagt, was ich möchte. Das ist nur ein, wie gesagt, was sie ist. Aber jetzt, 34 Kilogramm für Gala Frane. Und ich rufe mir auf unsere Bundeskarte, weil ich mich nicht so interessieren kann. So. Toll, 76 Kilogramm, mit meiner Handkontaktung auf, gerade dran zum Zweitversuch. Toll, 76 Kilogramm, mit meiner Handkontaktung ... ... an der Baustenbücher ... ... Anspray, die Vettabatung, n. 26 Kilogramm, an der Baustenbücher ... ... Ein Wettbewerb, jetzt soll ich das in den Augen Court stattfinden. Spannung weg, jetzt gar nicht. Mehrheit, ich strecke. Keine Spannung. Hallo! Hallo! Hoi, hoi, strecke ich dich! Bravo! So, was brauchen wir? Sieben wir es jetzt? Für die Karte? Oder 80 für die Vitor? 80? Ja, 83! Und daher, 80 jetzt an der Hand, und dazu kommt jetzt die Vitor an. Schöne Spannung! Steig und steigern! Die Karte wird in die Hose, oder? Ja! Ich bin der Ecke, ich habe zwei, ich fühle mich auch sehr spannend, die sind bei uns so gestorben. Ja, es geht schon, es geht schon, komm! Konsequent, irgendjemand? Ja! Bravo! Erster Versuch zu Ruhnen! Und das hat mich vielleicht, es wird nur schön präzis in die Linke geschnitten und festgeschraubt, auch nicht zu fest, dass sie sich nicht bewegt. Für eure Karte, den Trittversuch! Das wäre, soviel ich weiß, neue persönliche Festleistung! Fängselstend! Und das ist der Ecke! Ich bin der Ecke! Die Kommission haben keine keine Nachschüttung. Komm jetzt her! Anwesenherrn! Aja! 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 Neue persönliche Presse, dass wir von Carla Franky. 81 Kilogramm gehandelt für den ersten Versuch der letzten Steuererin, die große Starke Johanna Feldstöcker. 81 Kilogramm, erster Versuch. 82,95 und 16 Jahre. So mal, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte Ich habe ihn mit den Schrauben geflossen. Ich bin mit dem Schrauben. Schrauben Sie sich mit den Schrauben ab. Ich bin mit den Schrauben. Schrauben Sie sich mit dem Schrauben öffnen. Ich bin mit den Schrauben. Ja, von der Seite holen wir es nicht nach oben, aber sonst hilft mir noch nichts. So, die Viertags Freibauer und die Viktoria wird ausbessern und hat dafür kaputt mit 2 Minuten Zeit. Das ist die Viertags Freibauer, die Viktoria und Jets zu gewinnen. Anja, los! Viertags Freibauer für die dritte Person, Das ist die Gruppe der Motivation von 94 Gängern von dem Paracelonäher. Und dann unbedingt auch Bier und Röhe und dann Gängerns. Ja, und nicht vergessen, ein Buffet gibt sicher noch ein Bier. Trinkt da ein Fühl, denn hier ist stark. Was auch Alkoholfeuer sich sagt, die Autofahrt. Oschalreim ist wirklich die Kultein, die Autofahrt. Rösser Städteinnen, Rösser Städte. Komme ich jetzt! 85, hier. Da ist aber ein Fühl-Achtoin, die Kurier. Die Rösser Städtein, die Kurier. Das ist ein Fühl-Achtoin. Aber das ist ein Fühl-Achtoin. Ausения development gewinnen. Aus素. genauer Punkt. Ja, das hat Teil vom Städtein, das kann gently machen. Imúsel hat man? Não. Ich wollte alle Pärchen. Jetzt kommt darauf weg. Ich muss einfach erwischt werden. Ja, jetzt haben wir 76 Milo an die Hand aufzubringen, die sich da drauf, die Schleiflecker sind fantastisch, komplett weg. Meine Eier, Fechtur für Johannes, zweiter Versuchung, 76. Oh, oh, oh! Oder einfach den zweiten Versuch und jetzt kommen 87, oder das ist automatischer für sie, auf das Board. Aber, der Computer denkt, wir warten auf ihn, wir warten am Sonntag an unseren Köpchen, oder weil er immer da sind. Ja. Mach! 8.80 für die Sarah Bieders, wie man gesagt. Bleibt 7.80, andere? Mach! 8.80. Ich habe die Erlaubnis schon, man braucht eh nur so eine Puls für Sarah Bieders. Ach so, wir müssen jetzt mal reinnehmen, so langsam. Wir brauchen 8.80, Brüder. Ich weiß, wenn wir geht schon vor, ist Verrode noch gar nicht? Na ja, es steigen alle auf 9 Kilo. Jetzt habe ich Verrode. Noch einer Zeit steigen wir auf 9 Kilo und auch Sarah Fischer. 2 und 3 Kilo. Haken noch ihre Reister zum Geoppen. Also, Sarah Fischer alle 3. Und noch einer Zeit, Löcher. Die Sätze werden wir ins Jahr immer noch nicht. Ihr 3. Versuch. Und soviel ich weiß, werden diese 8.80 Kilo werden, wenn sie, obwohl gleich ist, neue, erscheinende, BES-Leistung. Sarah Fischer, die Brady Jury Durex. Sarah Fischer, die haben jetzt zuerst versucht. Er hat diese Kilogramm. Das wollte ich noch. Ja, das wollte ich noch. Ich bin hier, das will den Flot ziehen. Jetzt, Sarah! Spannung! 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 90 Kilogramm für den Drittversuch von Johanna Klein-Stötter. Das wäre eine gewaltige Verbesserung. Ich hoffe, ich bringe eine tolle Erfolge für Sie. Wollstehen! Explosivstrecken! Na ja, das haben wir in diesem Gefäß, aber trotzdem. Startbevorstellung, Gratuliere, Koppel! So, 91 Kilogramm wäre jetzt aber gesteigert worden für Sarah Fischer auf 5,2 Kilogramm. 95 Kilogramm für den Zweitversuch von Sarah Fischer. Zuerst lag sie mit der Olympia-Qualifikation auf dem Veteran-Gienstplatz A. Meine Damen und Herren, in die sieben Kategorien der Frauen kommen 6 98 Geberinnen ab dem Start, das heißt in jeweiligen Wiesgasse 14. Also auch in Ihrem Wiesgasse von Siderwatt von 14, Startbevorstellung in Gokio. Mehr dann dazu später. Was die vier sehen, Gratuliere, liebe Koppel! Komm jetzt! Spannung! Spannung! Au, guck auf! Wer hat umgekehrt, haben wir wieder? Da ziehen wir mal! Ich will sich manchmal mit dem Biberlein hin und nach oben zurückkehren! Okay, Set! Und 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 Entweder der Osteo oder irgendwo ein. Jo, es ist wirklich vorhanden. 10 Minuten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommt mal umsatzt. Werte! Es wird durchgescheitert. Ah, wir haben ja früher das abgegeben, aber es gibt die Schuld. Der Versuch ist daher und den Weg. Sie bleibt mit ihrem Fall und sie bessert auf im eigenen Gewicht. Und hat dafür wieder 2 Minuten 3 in Vorbereitung Franziska Harvey. Ja, vorhin, weil Sarah Fischer auf ihren letzten Versuch im Reißen verzichtet hat, hat das ihren Grund, dass das hier ihr letzter Wettkampf war vor dem Olympischen Spiel. Deswegen, jetzt gibt es für Sie alle Konzentrationen und alle Feinheiten in der Vorbereitung auf Olympische Spiele. Sie werden am 2. August in Okéon statt sein. Und deshalb ist es heute nicht nötig, 100% zu geben, sondern einen guten, ruhigen Wettkampf zu machen und die letzten Vorbereitungsschritte in den nächsten Wochen. Wir sind zu machen, die letzten vier Wochen. Wotendlich ist es nicht immer zu heiß. Wir sind jetzt für eine Erdrehtin, die wir zweimal, vielleicht auch dreimal geben. Sarah Fischer ist ja der Erd-Sport-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt. Sarah Grubinger ist ja der Erd-Sport-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt. Das ist ja der Erd-Sport-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt. Der Versuch ist bei ganz 50. Und der nächste Versuch gewinnt 58 Kilogramm. Für den Erd-Sport-Vorbereitung vom Franziska Halski. Der Macher-Lieb-Vorbereitung wird schon vorgerechnet von Ihrem Trainer. Der Macher-Lieb-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt-Vorbereitung. Der Macher-Lieb-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt-Vorbereitung im Reißen-Zentrum Südstadt-Vorbereitung. Vorständig. 59 Das ist der zweite Versuch Ja, das ist ein Lägergelung Das ist der zweite Versuch Die Sitzkirche Die Sitzkirche Die Sitzkirche Die Bahn. Die Bahn. Die Bahn. Vielen Dank. 60 Jürgen München im ersten Versuch. Wir brauchen 61 Jürgen für den Zeitversuch vom Karpi. 61 Jürgen München im ersten Versuch vom Karpi. 61 Jürgen München im ersten Versuch vom Karpi. 61 Jürgen München im ersten Versuch vom Karpi. 62 Jürgen München im ersten Versuch vom Karpi. Wir brauchen 20 Kilogramm und Barsch für den Rücken von Tuch und Franziska Harvey. In Vorbereitung wieder Prischi, dann für 63 auf. Licht an und auf 63, wieder auf Steiger, bitte. Und das ist schon getan. Und in der Liste steht als Erste, wenn Sie den Berichter Daniela Prischi, mit ihrem Zweitversuch, Zweitversuch und Witzversuch. Das ist eine alte Regel. Komm mal. Komm mal. Ja, komm mal. Nur die Maschinen wessen zu strecken. Komm. Ja. Und der Zug ist... ...kültig. Freitag. ... 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 So will ich mit langen dem zweiten Zug ein bisschen mehr ziehen. Richtig. Geh auf. Füße lösen. Vor der Schuh. Vor der Schuh stecken. Zusammenstellt. Richtig. Ja, 75 Kilogramm als 74, 74 Kilogramm liegt. Das heißt, ob ich für normaler Rohr im ersten Versuch. Okay, los. Gehen arbeiten. Richtig. Gehen Sie. Gehen. Wo er nochtig? Gehen. 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 Das war's für heute, Vortrag. Vornehmend. Bravo. Auf nächstes haben wir mit dem Firmall-JD-Team hier wiederhören. Für den 2.0 vom Dio. 3.5. Die Olympische Qualifikation, die Olympische Qualifikation, die Olympische Qualifikation ist natürlich auch in der Qualifikation. Die Olympische Qualifikation ist deragit der Olympische Qualifikation der Olympischen Qualifikation und der Olympische Qualifikation. Was ist der Möglichkeit, die Olympische Qualifikation gefunden? Die Olympische Qualifikation werden hoffnungen. Versuch 50 für den Zweckversuchgang. Versuch 50, der Freiburg an der Hand, wo das wäre für den Zweckversuch der A-Wort. Versuch 50, der Freiburg an der Hand, wo der Freiburg an der Hand, wo der Freiburg an der Hand, und der Freiburg an der Hand. Bolle erhebt auch nach dem Jürgern. Bist! und so ist es auch gut, 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 da gibt es keine Frage, die sich in der Weltgewicht 78 Kilogramm, für eine Erstplosion von Armin Kirchner, Rockwagel, aus den Blick sind da, und so ist es auch gut, 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 das ist auch gut, und so ist es auch gut, und so ist es auch so gut, Und nun wird um 79 Kilogramm, wird den Schreckversuch von Pamala Nord und so gerettet und wieder nach dem Dirichland. 79 Schreckversuch von Kaisforum Pamala Nord. Die Schreckversuch von Kaisforum Pamala Nord. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Wir alle! Hier kommt der Wichter! Aber so ist grüßig! Vorne drei, drei, drei Stunden! Grüß dich am Katerlitz! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! So! Die richtige Hand kommt jetzt! Für den Richtversuch bei 100 Techs! 100, 104 und 100 Techs! Bitte, liebe Sie! Satza 0. L am Tag! L am Tag! L am Tag! L am Tag! Oh! 17CC! Das ist wie ein Unterschliff, oder? Das ist wie ein Unterschliff, oder? Ja, nächstes Mal gewinnt 1.10 kg. So, Sarah Fischer wird vorbereitet für die erste Person. So, wir haben einen Trainer aufgesucht, naja. Einer ist Trainer und dann wird er höher. 2.10 kg. 180 kg für den ersten Versuch von Sarah Fischer. Merken Sie sich vor. 2.10. Schauen Sie sich vielleicht auf dem Modell im Channel. Weil wir sind ja ruhig. Wir haben einen Vertrag. Wir wissen nicht, wo Sie liegen. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Und das ist ein Fisch. Wir sind 100, bitte. Wir sind immer noch ein Tor. Das sind 128. Das ist ein Gründe. Das ist ein Gründe. Das ist ein Gründe. Roten, 20. Warum ist es so? Das ist so ein Fisch. 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 Und ich sagte schon, sie ist im Nationalkader, auch im Nationalkader, und wir in unseren Daten in Polen, wenn uns 17 Europameisterschaften vertreten, werden auch wünschenswert, wenn nämlich war es auch, und im Oktober dann, recht danach, werden die Weltmeisterschaften um 17 in Jena, in Saudi-Arabien. Sarah Fischer, erster Versuch, 118 Kilogramm. Die 40 Meter hohe Ausschlägen. Ratschen! Und aufgucken, ruhig, tief, Ferse! Spannung, Spannung, Spannung! 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 Ja. Spannung! 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 ein funktionierendes Jahr geflüstert und wer in erster Position nach Bonn ist, wird nächstes Jahr wieder in dieses Frauenstaatsmeisterschafts-Sportjahrbuch aufs Titelbild kommen bzw. wieder so ein Roll-up erzeugt werden, wie wir es hinten sehen. Sarah Fischer hat für die wesentlichen zwei Versuche verzichtet und leider seht ihr keinen Zweitversuch mehr, mit einem dritten ist es sowieso nicht geregnet. Wir wünschen ihr aber noch seinen Aufdruck nach Kopea und für die Vorgerechnung bis dahin.